Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Zwillinge, heute könnte es zu einem Konflikt zwischen deinen gestrigen Ambitionen und der praktischen Realität kommen, mit der du konfrontiert bist. Deine natürliche Träumerei könnte die von dir eingeleiteten Maßnahmen beeinträchtigen und zu Spannungen führen, die sich nur schwer auflösen lassen. Emotionen könnten dein Urteilsvermögen vernebeln, deshalb ist es wichtig, dass du dich nicht von flüchtigen Launen leiten lässt und stattdessen deine Gefühle auf dem Boden der Tatsachen hältst. In Momenten der Unsicherheit hast du die nötige Widerstandskraft, um dich durch deine Zweifel zu arbeiten. Sobald dein Selbstvertrauen zurückkehrt, ist es jedoch wichtig, dass du deine Gesundheitsziele überdenkst. Bist du zu sehr auf deine Ernährung fixiert, obwohl du dich lieber darauf konzentrieren solltest, deinen Kreislauf durch Sport zu stärken? Versorgst du deinen Körper ausreichend mit Flüssigkeit, um die Regulierung der inneren Organe zu unterstützen, oder nimmst du Abkürzungen? Nimm dir einen Moment Zeit, um deinen Geist zu entspannen und die Antworten auf diese Fragen zu finden, wobei Yoga eine empfohlene Praxis ist. Wie üblich findest du dich aufgrund deiner starken Meinungen im Zentrum eines schwierigen Konflikts wieder. Diese Verstrickung kann sich überwältigend und unentrinnbar anfühlen. Um wieder zur Ruhe zu kommen und klar zu denken, ist es wichtig, das Schlachtfeld ab und zu zu verlassen. Die Liebe könnte unerwartet in dein Leben treten, vor allem durch die aktuelle Ausrichtung der Planeten. Egal, ob du an einem virtuellen Treffen teilnimmst, einen Online-Kurs besuchst oder eine Aktivität genießt, du könntest plötzlich feststellen, dass die Person, die dieses Abenteuer mit dir teilt, genauso viel für dich empfindet wie du für sie. Diese gegenseitige Zuneigung könnte dich überraschen und ihr beide seid dankbar für diese Verbindung. Heute überschüttet dich das Universum mit außergewöhnlichem Glück. Das Glück selbst scheint ein besonderes Interesse daran zu haben, deinen Weg zu lenken und bietet dir eine Fülle positiver Energie und glücklicher Begegnungen. Sei offen für unerwartete Gelegenheiten und nimm jeden Moment mit Begeisterung und Entschlossenheit an. Vertraue auf deine Instinkte und sei proaktiv, denn das Universum hat sich verschworen, um bemerkenswerte Ergebnisse in deinem privaten und beruflichen Leben zu erzielen. Lass dich von den Strömen des Glücks zu deinen Zielen leiten und du wirst erstaunt sein, welche Segnungen dir heute zuteil werden. Die Opposition zwischen der Sonne im Krebs und dem rückläufigen Pluto im Steinbock könnte den Wunsch nach persönlichem Wachstum und Expansion wecken. Du könntest frustriert sein, wenn die Außenwelt nicht mit deinen ehrgeizigen Vorstellungen mithalten kann. Gegen Ende des Tages könntest du dich auf die Selbstreflexion konzentrieren und darüber nachdenken, wie du dich im Laufe deines Lebens entwickelt hast, und dir vorstellen, was für ein Mensch du werden möchtest. Die Energie könnte manchmal schwer werden, aber wenn du die Dinge loslässt, die dich zurückhalten, wirst du siegreich daraus hervorgehen. Achte jedoch darauf, dass du dich den ganzen Tag über nicht isolierst, denn übermäßige Einsamkeit kann zu emotionaler Intensität und Einsamkeit führen, selbst bei den einsamsten Menschen. Zwillinge, meistere die Herausforderungen des Tages mit Anpassungsfähigkeit, halte dein Gleichgewicht zwischen Träumen und Realität und nimm dir die Zeit, über deine Gesundheit und dein persönliches Wachstum nachzudenken. Nimm das Glück an, das dir zuteil wird, und mach das Beste aus den zufälligen Gelegenheiten, die sich dir bieten. Vertraue auf deine Widerstandsfähigkeit und deine proaktive Herangehensweise, und das Universum wird dich sicher zu bemerkenswerten Erfolgen und erfüllenden Erfahrungen führen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Das Ast der Kelche steht für Liebe, emotionalen Reichtum und Neuanfänge. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute eine Welle der Liebe, des Mitgefühls und der emotionalen Erfüllung erleben wirst. Es bedeutet eine Zeit tiefer emotionaler Verbindungen, innerer Harmonie und des Potenzials für neue Liebe oder die Vertiefung bestehender Beziehungen. Das Ast der Kelche ermutigt dich, dein Herz zu öffnen und die Fülle an Liebe und Freude, die dich umgibt, anzunehmen. Es erinnert dich daran, dein emotionales Wohlbefinden zu pflegen und bedeutungsvolle Beziehungen zu kultivieren. Diese Karte lädt dich dazu ein, in die Tiefen deiner Gefühle einzutauchen und die transformative Kraft der Liebe anzunehmen. Neben dem Ast der Kelche haben wir die Sechs der Stäbe. Diese Karte steht für Sieg, Anerkennung und das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Sie steht für eine Zeit des Feierns, des Triumphs und der Anerkennung deiner Bemühungen und Fähigkeiten. Die Sechs der Stäbe lädt dich dazu ein, deine Erfolge zu feiern und die damit verbundene Anerkennung anzunehmen. Sie erinnert dich daran, Vertrauen in deine Fähigkeiten zu haben und stolz auf deine Leistungen zu sein. Diese Karte steht für eine Zeit der positiven Bestätigung und die Erfüllung deiner Ziele. Das Ast der Kelche und die Sechs der Stäbe bilden zusammen eine kraftvolle Kombination für diesen Tag. Das Ast der Kelche steht für emotionalen Reichtum und Neuanfänge, während die Sechs der Stäbe Sieg und Anerkennung betont. Nimm heute die Energie des Kelches an, indem du dein Herz für Liebe und emotionale Erfüllung öffnest. Pflege bedeutungsvolle Beziehungen und sorge für dein emotionales Wohlbefinden. Erlaube dir, tiefe Verbindungen zu erleben und die transformative Kraft der Liebe zu nutzen. Verkörpere gleichzeitig die Energie der Sechs der Stäbe, indem du deine Leistungen feierst und deine Fähigkeiten anerkennst. Habe Vertrauen in deine Fähigkeiten und sei stolz auf deine Leistungen. Freue dich über die Anerkennung, die du für deine harte Arbeit und dein Durchhaltevermögen erhältst. Diese Deutung steht für einen Tag des emotionalen Überflusses, des Feierns und der Anerkennung. Lass dich von der Energie des Kelches inspirieren, indem du in die Tiefen der Liebe und der emotionalen Erfüllung eintauchst. Nutze die transformativen Qualitäten der Sechs der Stäbe, wenn du deine Erfolge feierst und die damit verbundene Anerkennung annimmst. Denke daran, dein emotionales Wohlbefinden zu pflegen und bedeutungsvolle Beziehungen zu knüpfen. Sei stolz auf deine Fähigkeiten und genieße die Anerkennung, die deine Leistungen mit sich bringen. Wenn du die Qualitäten des Kelcheses und der Sechs der Stäbe kombinierst, kannst du mit einem Herzen voller Liebe, einem Gefühl des Triumphs und dem Potenzial für große Freude und Erfolg durch den Tag gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017